Es ist eine Scheibe, die aus Holz gemacht ist und ein Muster drauf hat. Es sind zwei Vögel drauf, die in ein Herz stechen. Es schaut aus wie, die Vögel schauen aus wie Kolibris. Und dieses Ding hat ein Bein, nur eines. Es ist sozusagen wie ein Sessel und es hat zwei Schlitze, die ungefähr ein Zentimeter breit sind. Und durch die geben sie einen Gürtel, wo sie dann fest sitzen können. Also diese Platte war ein Liebesgeschenk an einem Markt. Ich würde, wenn ich ein Kind wäre, würde ich den ausprobieren und helfen Kühe melken. Wenn ich dürfte. Dieses Ding heißt Melkschemel. Ich würde lieber ein Herz, ein Polster kriegen, wo ein Objekt draufsteht. Es geht jetzt nochaus vulnerability. Ich würde lieber ein Auto tun. Und ich würde sagen lassen, darf ich ihren Augen miteinander keep orang. Also das ist ein Herz, das sind ein Eهم. Und das ist sehr schön. мотри, ich sage закон, BECOME Keyboard zu nellachen können. Ich�o Heidi!